Wenn ich zusteche, gibt's Beulen. Bud Spencer zeigt allen, wo es lang geht. Ich hab ne Methode, wie man solche Kerle zähmt. Ist ja viel zu nervös, mein Junge. Wo er hinlangt, da wöckeln die Wände. Sie nannten ihn Mücke. Am nächsten Samstag um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Am nächsten Samstag.